Hallo, mein Name ist Nadine und ich stehe hier gerade im Bierkönig, wo das Musikvideo von Peter Wackel gedreht wird. Wochenende heißt es. Wie ihr seht, hier vorne ist schon Action genug. Ihr seid live dabei und könnt es euch ansehen. Im Juni, Juli, August ist hier einfach die Hölle los. 24 Stunden Party bis zum Abwinken, bis die Leute umkippen. Wenn Nadine nicht dabei ist, hat er eindeutig etwas verpasst. Das Video wird von Party Area 24 gedreht. Wie ihr sehen könnt, super Stimmung da oben. Alle machen mit. Einfach wundervoll. Wochenende! Party Reisen 24 hat das Ganze hier organisiert. Du bist mit dabei. Wie findest du den Videodreh? Der ist absolute Superspitze. Absolut geil. Und Peter Wackel, was kannst du dazu sagen? Wie findest du den? Peter Wackel ist die geilste Sau der Welt. Peter, ich will ein Kind von dir. Wochenende! Mitten im Bierkönig ist der Wackel live auf der Bühne. Alle Leute haben Spaß. Er singt seinen Titel Wochenende. Super viel Spaß, Action und alle sind mit dabei. Wir haben ja einen der größten Fans von Peter Wackel. Wie heißt du? Anna. Die Anna, die ist hier extra für das Videodreh nach Mallorca gekommen in den Bierkönig, um hier dran einfach teilzuhaben. Wie findest du es? Hast du Spaß? Das war halt super, ja. Absolut geil. Immer wieder sehr schön. Das heißt, dir gefällt es? Du bist mittendrin dabei und hast einfach total viel Spaß. Oh, Genesse! Kommt nach vorn! Hinter mir weiterhin wird das Musikvideo von Peter Wackel gedreht. Wie man sieht, die Leute haben Spaß mitten auf der Schiffenstraße, nicht nur im Bierkönig. Ihr wart beim Videodreh von Peter Wackel live dabei. Wie fandet ihr das? Mach mal Stimmung! Super, danke schön! Ihr zwei seid von Party Area 24. Ihr habt das Video gedreht. Wie ist es gelaufen? Bis jetzt ganz gut. Wir haben erst den ersten und zweiten Teil gedreht. Der dritte kommt jetzt noch. Die Leute sind ganz gut drauf und es passt schon. Ihr müsst das Video auch schneiden, denke ich. Wann denkt ihr, wann es rauskommt? Mitte nächster Woche wahrscheinlich. Also so früh kommt das Video schon raus. Die Leute hatten Spaß? Bitte? Die Leute hatten Spaß? Ja, definitiv. Sind noch ein bisschen voll von gestern. Es sind nur 70 Leute da. Von 350 geplanten. Aber das macht nichts. Die sind alle gut am Feiern gewesen. Und das ist eine coole Sache. Wack, 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 wack! Wack, wack, wack! Wack, 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 wack! Wack, wack, wack! Wack, 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 wack! Vielen Dank.